Jetzt machen wir diesen Stopfen ab, dann versuchen wir natürlich erstmal hier die Kerze abzuziehen, ok? Das ist schon mal die erste Herausforderung, die Kerze brennt, ok? Jetzt schieben wir die Kerze da rein, so, dann machen wir den Stopfen drauf, so, jetzt ist das Ventil, guck mal, das Ventil ist offen, ja? Jetzt schließe ich hier die Spritze an. Das mache ich erstmal den Kolben hier runter, so. Wenn ich jetzt den Schlauch hier anschließe und ich ziehe an der Spritze, dann ziehe ich Luft raus, ok? Jetzt muss ich natürlich hier zu machen, so. So, dann ziehe ich die Spritze wieder auf, weil ich will ja noch mehr Luft drauf ziehen. Und irgendwann, wenn ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe, wird die Kerze ausgehen, weil ihr die Luft ausgeht. Kannst du mal auf die Kerze halten? Guck mal. Kerze ist aus, ausgegangen. Wir haben hier so viel Luft rausgezogen, dass die Kerze keine Luft mehr hatte. Wir haben also einen Vakuum erzeugt. So, und jetzt können wir mal gucken, wenn wir jetzt, wenn da wirklich ein Vakuum drin ist, wenn ich den Hahn hier aufmache, muss ja dann Luft wieder reinfriesen, ja? Das müsste man hören. Seht mal leise. Habt ihr das gehört? Jetzt ist die Luft wieder reingestellt. Okay, danke, machen wir aus.